Und dann sind wir wieder zurück bei einer neuen Runde TTT, diesmal werde ich nicht am Anfang erschossen, das finde ich Pan, Pan, Pan Ich kann mal ein bisschen mitspielen, nein, nein, bitte Pan, guck mal, warte, ey Pan Ja Äh, na, 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 na Na, böse Okay, hau mich auch einmal, hau mich auch einmal Nee, nee, ich glaub du bist später und ich halt mich fern von dir Ich hab dich nicht gehauen, Pan, hau mich, Tobi, hau mich mal bitte, komm Ich hab mir 20 abgezogen, Leute Oh, geiler Afro, Tobi, wo hast du die denn her? Ein kleiner Macker, ne? Alter Ja Tobi Hat der Curry wieder seine, hat der Curry wieder toll geschauspielert? Ja Was denn? Oder hat der Curry es wirklich getan? Hä Hä Curry, jetzt red halt Alter, der sitzt hier in der Ecke, ne? Und redet nicht Ich bin mir nicht sicher, was hier passiert ist Ich auch nicht Curry Was machen wir denn da? Curry Was für ein Assi der ist? Was war der Junge? Wir sind hier Na ja, jetzt spiel weiter, das Spiel Curry Was lustig findest Ach, warte, will ich's Also Curry lebt doch, ne? Dann bitte Bescheid Ah, ist klar Ich spiel heute Casino Royale Und das hier ist Wenn ich Curry sehe, muss ich doch mal der Traitor ist Nee, 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 warte mal Casino Royale ist aber der Film gewesen Ey, wir spielen ja auch die Casino Die Casino Map Aber ist das nicht sogar von Casino Royale? Hat das nicht mal jemand gesagt in den Kommentaren? Ich weiß es nicht, keine Ahnung Aber das ist so Ich hab den Film nie gesehen, ehrlich gesagt Ich auch nicht Und spielt ihr euch dann gegenseitig aber, äh, spielt ihr euch gegenseitig wieder aufm Klavier was vor? Ja, also ich war grad, ich bin, ich geh nochmal zum Klavier, ist schön da Wo ist denn das Klavier nochmal? Mach doch nochmal so eine Romantik-Action, bitte Hallo, guten Tag, wer ist denn da? Aha Ah, ich hör das Klavier Ah, ich hör das Klavier Ah Pan? Ja, ich lebe noch Ah, ist gleich frei Hier ist noch grad der Tobi Und ich sollte Currys Leiche suchen, vielleicht Es gibt keine Leiche von Curry, der lebt noch Da ist die Leitung Ja Warum bist du hurt, Pan? Hä? Weil der Curry mich gehauen hat Ach ja, stimmt Die Feelings sind hurt Nein Baby, don't hurt me mit Bull Don't hurt me Baby, don't hurt me no more What is Waffenflof? Das ist Baby, don't hurt me Oh Was war das? Geht so bescheuert Gut, ich geh´s Currys Leiche suchen Ich geh mit Na, 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 na Currys Leiche Nein, du gehst nicht mit, bitte nicht Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich dir grad trauen kann Doch Oder vielleicht hast du ihn ja hier dreckig, elendig in den Müll gehauen Ja, in den Müll, da wohin gehören Hopp, hopp, boah So, reden wir über die Toten Die vielleicht gar nicht tot sind Ich mache, ich hätte dich doch schnell getötet Ja, ich weiß nicht, ich warte gerade darauf Dass sich hier der Bildschirm wieder umgedreht Okay, das war von mir glaube ich noch Ähm Ja, was denn? Pan Tobi Die Pan steht doch hier vor mir Tobi? Was für ein perfides Spiel spielst du denn da? Pan, rede doch Tobi, ich bin ein bisschen enttäuscht Die steht ja vor mir, Erik Ja, so wie Curry, steht er auch da? Der steht auch noch da Alles klar, ich weiß genau was du machst Die reden nicht mehr mit mir, Erik Stehen sie vor dir oder hängen sie vor dir, Tobi Das macht einen Unterschied Die haben, wir haben darüber geredet Das ist nicht dasselbe Oh Die reden nicht mehr mit mir, Mann Meine kleinen Kämpfchen Ich finde, wir sollten jetzt einfach kriechen, bis die Folge vorbei ist Finde ich gut Das läuft doch echt immer auf uns zwei hinaus, ne? Ja, ne? Abseits irgendwo kämpfst Achso, ja, daran liegt es natürlich Oder du vielleicht Und dann einfach sagst Andere campen, während du am campen bist Natürlich, natürlich Um dann von dir abzulenken Ja Könnte ja natürlich auch sein, Pobi Könnte sein Muss aber Nee Das stimmt natürlich Hast natürlich recht Wie wirst du eigentlich auf den Namen Gronke kommen? Lotto Gronke Gronke Jetzt sehen wir ne Geschichte, Gronke Ja? Wirds eine Geschichte hören, Tobi Willst du dir den Namen wert? Gronke Gronke Ah, da Tobi. Das ist spannend. Ein bisschen spannend ist es schon. Ja, schon, schon. Mann, wir sind immer so große Maps. Wir finden uns nie. Nee, machen wir auch nicht. Ich hatte eben dauernd das Gefühl, dass du hinter mir herläufst. Habe ich auch, bei dir. Ich denke immer, du bist in der Nähe und laufst dir die ganze Zeit hinter mir her. Warst du mich? Hä, nein. Ich höre dich immer und denke immer, du bist hinter mir oder hinter irgendeiner Ecke oder sonst irgendwas. Mann, jetzt finde ich den schon wieder nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Bock auf ein romantisches Ründchen am Klavier? Hä? 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 Ich wurde geteleportet. Warum? Was war das denn? Hä? Pan, warum? Fassbar. Hä? Hä? Siehste, die Pan macht immer Admin-Reviews. Alter, was ist ja los? Vor allem bin ich auch noch rumgelaufen, weißt du nicht. Warum macht denn der Curry so dreckig? Ist der Curry auch Admin? Weiß denn nicht. Stimmt, der Curry ist auch Server-Admin. Vielleicht warst du auch der Curry. Ah, stand Pandur hier. Ah. Pan, warum redest du nicht mehr mit mir? Mann, Erik. Ja, Tobi, was kann ich denn dafür? W-A-S-D, weißt du, ne? Kannste laufen. Sag dir der Richtige. W-A-S-D, kannst du laufen, ne? Weißt du. W-A-S-D, kannst du laufen, ne? Weißt du. Tobi? Bist du jetzt auch tot? Ich ist alleine auf der Web. Warum? Tobi? Ein bisschen Bucke machen. Hast du gedacht, ich campe, oder was? Naja, das machst du ja öfter. Wie er immer von sich ausgeht. Man denkt, dass andere genauso scheiße spielen wie er. W-A-S-D, was? Ich hab das gehört irgendwo. Was war das? Das war der schönste Sprung, den ich jemals gesehen hab. Ich dachte, wenn ich auf den Tisch springe, überleblich sei. Warum brauchst du mich? Du, das war nur einmalig. Ihr wart so weit auseinander, da dachte ich, ich springe euch mal ein bisschen mehr zusammen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber einmalig. Tut mir leid, tut mir leid. Boah, heiler. Egal, so einfach so. Aber sonst hätten wir nicht diesen genialen Sprung gesehen. Ich dachte, weißt du, wenn ich auf den Tisch springe, dass es dann okay so ist. Wunderschön, ey. War aber auch ein bisschen spannend, ne? Das war wirklich ganz spannend. Wunderschön, ey. Boah. Aber der Tobi und ich, der kommen heute auch mal nicht zusammen. Nee, irgendwie nicht. Und wenn, wenn, dann tötest du mich meistens. Das macht mir echt Angst. Ah, Tobi, ey. Trigger Happy. Innozent. Innozent, 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 Innozent. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Horizon. 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 Also, alle schießen. Ich hab ein Bild gemacht. Horizon. Ja, guten Tag. Ich bin der Barkeeper. Oh, was ist denn los? Horizon in the Howie House. Will ich mal was trinken? Hey Münzen, ich bin der Barkeeper. Oh, guten Tag, Mann. Boah, 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 boah. Wollen sie vielleicht was trinken, Tobinator? Ja, können wir jetzt mal drüber wachsen. Na, komm. Pan, Vorsicht, Pan, Vorsicht, Pan. Vorsicht, Pan. Was ist das hier? Vorsicht, Pan. Ich hab hier Achselschweiß aus der Kimme. Ich weiß es nicht. Hä? Flüssischer Kot. Ich kann auch gar nicht rein. Mit Sahne. Und einmal Wodka mit, äh, frischer Pimmelblase. Bitte, was? Was wollen sie, Tobinator? Was ist mit dem lieber Junge los? Soll ich dir was mixen, Tobi? Mixen? Richard Mixen? Was mixen? Hä, hör mal. Wollen sie was gemixt haben oder jetzt eher nicht? Gehen sie mal bitte weg, Junge. Ich hab hier frisch ein Chateau von 8,38 Euro. Ich mach dir alles kaputt, Alter. Ich mach dir alles kaputt, dein ganzes Scheiß-Restaurant. Dein ganzes Scheiß-Restaurant. Dein ganzes Scheiß-Restaurant. Ich glaube, der Hack. Dein ganzes Scheiß-Restaurant. Erik ist es. Erik ist es. Pan? Ja, Tobi, wir jagen den jetzt. Erik, du kannst reden. Beide sind tot. Scheiß, Tobi, wir müssen es sein. Ja, ich glaube auch. Fuck. Curry, komm, ich kette dich. Ah, Curry ist tot. Curry ist tot. Oh, shit. Zu der Bucke halt auch noch so. Oh, ja. Delizieuses Delitandio. Erik. Erik? Oh, ne, er hinten liegt. Wo ist die Pandoria? Hm? Ja, wo ist sie denn? Schickst du doch mal rüber, die Leiche. Oh, was ist denn? Irgendwann, wenn ich beim Erik zu Gast bin, mach ich den ganzen Tag die Tür auf und zu. Aber hier von seinem Aufnahmezimmer. So poff, 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 poff. Ja, wie bei Starbound immer. Tobi? Was suchen wir denn eigentlich? Ja, ist echt so. Okay, ich hab die Pan schon gefunden. Oh, 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 oh. Ich hab die Pan. Bitte was? Ja, Erik, ernsthaft? Pfff. Erik, ernsthaft? Warte mal. Wo ist der hin? Da ist ein Traitor rum da hinten. Oder? Ernsthaft? Oh, ja. Ich glaub, da ist ein Ausgang, den du der Traitor nutzen kann. Okay. Step and cut. Oh. Okay. Also egal was passiert, wir beide sind's nicht, wenn wir Pandoria sehen oder wenn wir Erik sehen, dann müssen wir beide töten. Scheiß drauf. Dat ist meine Ansage, Kevin. Ist der, sag ich doch. Kevin, du rissen aus Schwerin, Alter. Ja eben, guck mal hier. Geil. Transformier dich mal jetzt, Tobi. Wo ist der denn? Vielleicht sollte ich mich ans Klavier setzen, wie Fitz Roy, Alter. Hinter uns, oder? Wo ist die Flitzpiepe? Drei Minuten hat er noch. 3.45. Ist traurig. Dann will den als Illusenz jetzt jagen, ne? Eigentlich ja. Okay, vielleicht macht der dann auch, aber er findet uns einfach nicht, weißt du? Nee, der camp wieder. Weißt du, wie oft ich Kommentare hab, dass der nur am Campen ist, Erik? Tobi. Du musst uns konzentrieren. Fokussieren, Tobi. Fokussier dich, Tobi. Komm, Tobi. Aha. Aha. Was haben wir denn hier? Ja, ja, ja. So viel dazu, ne? Hast du gesehen, Tobi, ne? Hab ich gesehen, hab ich gesehen, aber ich frag mich immer noch, wo du lang bist. Ich bin hinter dir. Klar. Ich glaube, dass der Erik hier irgendwo ist. Okay. Nein, glaub ich nicht, weil hier geht's nicht weiter. Okay. Alles klar, Sherlock. Drei Minuten hat er noch. Wo bist du? Er wollte das Geld klauen. Aber er darf nicht entkommen. Warte mal, hier hat er sie angeschossen. Guck mal, da ist sie. Sie liegt da oben im Treppenhaus. Ah, okay. Oh. Hallo. Wo ist er denn jetzt hier? Komm, Erich. Komm. Erik, du alter Lobster. Tobi? Ja? Keine Ahnung, wo du jetzt bist. Ob ich deine Schritte höre oder was auch immer ich höre. Erik wird keine Schritte machen, denke ich. Geht ja auch schlecht, wenn man auf der Stelle steht, ne? Hohoho, Tobi! Hm. Ruhig und ruhig. Es bleibt ruhig. Die Stimmung steigt. Die Spannung auch. Wer ist es? Oder wer ist es nicht? Oder wo ist er? Oder sie? Hm. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, manchmal bei den Firmen des Taus. Jeder kann der Mörder sein. Jeder. Vielleicht sogar ich. Oder Tobi. Oder vielleicht... Oh. Pa? Oder... Krumm? Oder... Alle. Tobi? Yes. Okay. Was passiert? Das ist ja unfassbar. Ihr Wichser! Ihr Elendenwichser, so über die Toten zu reden! Hä? So über die Toten zu reden, die ganze Zeit... Ach, Pahn-Basis! Pahn-Basis! Ich weiß doch nicht mal... Ich weiß doch nicht mal, wie man seine Leiche platziert, Alter! Was für'n Profi haltet ihr mich denn? Ach, stimmt! Ey, das hätte es eigentlich sein müssen! Ah! Ach, stimmt! Pahn hat letztens noch rumprobiert, Tobi, Scheiße! Ja! So war's! Trotzdem war ich verwirrt irgendwie. Ich dachte echt, der Erik wäre das gewesen. Ja, ich dachte es auch. Oh! Oh, wenn man sich nicht bewegt, weißt du? Ich konnte mich nicht bewegen! Du hast dich doch auch nicht bewegt! Du hast wieder nur auf der Stinde gestanden, was hast du gemacht? Ich hab voll gekämpft, mein Todes. Ich hab ihn gekrochen halt. Ab und zu gelaufen, dann wieder gekrochen, damit man ihn hört. Was war, Alter? Ich hab euch ab und zu gehört, aber ich war halt natürlich zu langsam irgendwie, um nochmal da... Oh, ja, hast ihn nicht getraut, ne? Ja, ja, ja! Hab ich gemacht! Ja, ich war so besser! Also gemacht, ja! Habt ihr den dahin gehangen oder hab ich den dahin gegangen? Ich hab den dahin gehangen. Okay, da war ich nämlich sehr verwirrt, als ich vor der Leiche stand. Hä, hab ich das gemacht? Vor allen Dingen noch so, oh, die Blutflecke sind hier drüben. Ja, aber die Leiche liegt da dort, zehn Kilometer weit am Treppenhaus. Du hast bei mir nix in der Hand. Hä? Hä? Achso. Das sah aus, als hättest du gerade so'n Rasierer in der Hand von deinem Afro. Das hat Spaß gemacht. Nein, komm. Ich bin innocent. Innocent, innocent. Okay, ich glaub dir, Pan. Was war das denn jetzt? Ich glaub, der Pan hat kein Wort mehr. Ne, ist wirklich so. Eirange ist mein Zeuge. Oh, 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 oh. Das ist aber jetzt... Das ist natürlich... Familienmitglieder werden eigentlich vor Gericht nicht... Ey, den kann man echt nicht trauen, Mann. Die wollen einen umbringen. Wenn man die Augen zumacht, kommen die immer einen Schritt näher. Die Eiranges, ne? Wenn man sich umdreht auch. Mega krass. Ich hörte keine Arme. Ich hörte keine Arme. Nein, die haben so ne Stimme. Nein, nein, nein. Die Stimme von den Arangen ist das so. Papa. Genau so ne Stimme haben die in meinem Kopf. Ja, das passt auch gut dazu. Papa. Voll süß. Das ist total süß. Das ist richtig süß. Ich habe noch nie so was Süßes gehört. Das ist süß. Ich habe Hunger. Papa. Ah, wer war das? Anna Curry. Curry. Nicht tötend Curry. Ich will irgendwie hier hineinkommen. Ich hol mein Geld. Alles gut. Nanananananananananananananananananananananananananananananananana. Okay. Pfff. Pfff. Anna, komm. Hast du ne Waffe? Du hast ne Waffe. Curry, du hast ne Waffe. Sei vorsichtig damit. Du musst damit verantwortungsvoll umgehen. Ich komm da immer nicht rein. Fuck. Fick die. Warum kann man im Spiel immer Toiletten abziehen? Das finde ich doof. Das würde mich auch mal interessieren. Bei Duke Nukem zum Beispiel. Ganz großartiges Feature. Ja, ich finde, das muss sein. Ich komm da auch nicht rein. Tobi? Ja, ich bin noch da. Ah, Tobi kämpft wieder wahrscheinlich gerade. Ja. Was steht hier? For a good time. Tobi Nator. Tobi Nator. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Genau so war es. Was ist los, Pan? Ey. Was ist los? Curry, lebst du noch? Fahren bitte? Ja. So, ich spiele. Ich spiele Tobi Nator. Was macht ihr hier? Fürs Spiel haben wir keine Zeit, den Flakete Dreh aufnehmen. Hey Tobi, stopp, stopp, stopp. Hey, 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 hey. Ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig. Oh, scheiße. Was ist los? Warte ist los. Bleib zu meinem Grundslofer, bitte. Aha, aha, Curry läuft erst mit einer Knarre rum. Ich wollte es nur kurz sagen, Curry läuft mit einer Knarre rum. Oh, warte. Wer auch immer du bist, ich habe eine Waffe, Tobi Nator. Nein, Pan bitte nicht. Hä? Huch. Was denn? Hast du außerdem gerade Tobi getötet? Wieso wird das denn so staubig da hinten in der Ecke? Tobi? Ähm. Tobi? Entschuldigung. Tobi? Der Tobi ist hier vor mir und wenn er mich jetzt erschießt... Ne, ich habe ihn gesehen, er liegt da tot. Er liegt da tot, Pan lügt. Ey, 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 ey. Du brauchst mir gar nicht dazu kommen. Tobi, du brauchst mir auch nicht dazu kommen. Erik, Tobi ist tot. Tobi ist tot. Jetzt reicht es mir. Weg hier. Da ist sie. Ich gucke mich nur den Spiegel an hier. Tobi ist da vorne. Danke. Ich hab harte Handtücher. Hey, hey. Harte. Aha. Ey, Tobi, tu mir mal einen Gefallen, nimm mal die Wiese in die Hand. Ja, komm. Ach, Curry, das hatte ich doch vorhin schon gemacht. Okay, danke. Ja, da war ich für unsichtbar, weißt du. Tobi wollte mich gerade töten. Ja, das ist total wahr. Entschuldigung, Pan. Entschuldigung. Curry und Tobinato. Hey, hey, ganz ruhig. So ist er. Ich wollte auch auf die Lampe. Wie soll ich? Ich hab das gar nicht geschafft. So ein Scheiß. Geil. Dann fang ich jetzt auf die Lampe. Oh, scheiße. Ähm. Ähm, hä? Oh. Ähm. Pan? Tobi? Tobi, guck. Bist du es wieder, du Drecksack? Wie der Curry wird geflogen. Er ist zu mir echt leid geflogen. Bist du es wieder, du Drecksack? Wieso bist du heute immer Traitor? Was ist denn los? Wer ist das denn? Oh, ich hab jemanden gefunden. Pan ist tot. Hä? Wie ist das denn passiert? Das war ich aber nicht. Ich hab nur Curry getötet. Also irgendwas ist explodiert gerade. Das war ich, als ich Curry getötet habe. Achso, alles klar. Na dann ist ja gut. Ich hab aber nur auf den Fass geschossen. Wie die Pan gestorben ist, weiß ich nicht. Das heißt aber, du musst Traitor sein, Erik. Ja. Achso, ja klar. Dann, ja klar. Das liegt auf der Hand. Tut er wieder so, weißt du? Mhm. Ich bin ja auch immer am Campen. Ne Tobi? Ja, werden wir ja gleich sehen. Ja, werden wir auch gleich sehen. Ja. Erik, du machst mich noch fertig, ey. Warum immer wir als letztes? Ich verstehe das. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber nächstes Mal, wenn wir uns sehen, einfach gegenseitig umbringen. Ja. Auf drei in den Kopf. Okay, drei. Oh, ist aber lecker. Küche sieht ja cool aus. Küche? Bum, bum, bum. Ja. Aber ich bin schon nicht mehr da. Hey, Tobi, Mann. Erik. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Was ist das für ein Hexenwerk, Tobi? Boah. Schade. Nein. Boah. Alter, du Drecksack, Alter. Oh, du liegst aber schön nach. Auch bist du immer Traitor, Mann. Das macht doch keinen Spaß mehr. Ich dachte, der Tobi hätte mich jetzt erschossen. Krass. Hab ich doch auch. Hä? Hä? So, hä, das Baby kam... Ach so, das Baby sah gerade aus, dass du das Baby in deine Richtung schießen. Mhm. Oh, guck mal, da steht Casino Royale. Ja, das ist schon aus dem Film. Ach so. Pan ist doch richtig so, ne? Ja. Okay, aber die Map hieß nur Casino, deswegen war ich ein bisschen... Ja, aber Casino Royale, Tobi. Guck, hier steht GE Casino, Alter. Guck, Guck oder was? Guck oder was? Pan. Hey Pan. Pan. Ey Pan. 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 I mag doch keine Tauben. Ich bin doch schon wieder innocent, ey. Wollt ihr mich...? Alter krass, ich bin schon wieder Traitor, ey. Heftig. Und bist du wahrscheinlich wirklich. Ja. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt wieder Trailer bist, dann hat das keinen Sinn mehr hier. Will mich jemand befummeln? Komm, schießt mich ab, Tori. Komm, Trailer, komm. Churi, komm, Churi. Also heute ist nicht mal ein Tag. Ey, ist meiner auch nicht. Wenn Tori die ganze Zeit Trailer ist, macht er keinen Spaß. Äh, ein bisschen aufpassen hier. Ein bisschen aufpassen hier. Was denn? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich beobachte das noch. Und normale Spielgeräusche. Ja, 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 ja. Aua, alter Curry. Scheiße, die beiden. Komm doch, Alter. Lass mal prügeln, Zoe. Komm mal da. Komm, Zoe. Komm, Zoe. Ich glaub, die haben sich grad wieder extrem lieb. Ich glaube auch. Alter, ich hab nur noch 60 Curry. Ich hab nur noch 98. Ihr gehört zusammen. Ihr gehört einfach zusammen. So hab ich nicht getroffen. Hier liegt aber Blut. Komm, hier liegt Blut. Töte Curry jetzt. Ich scheiß ihn voll. Tschüss. Einfach abhauen. So. So. Erik, bist du Traitor? So. Hast du alles getauft? Ich bin heute nie Traitor offenbar. Warum hast du mir das so gesagt? Weil ich euch beobachte die ganze Zeit. So. I'm Traitor wie Niva. So. Ah, da ist schon wieder. Jetzt geh ich da hoch. Ey. So hat mal eine Waffe. Den hast du schon wieder nicht getroffen. Ach, jetzt hast du was getroffen. Hau! Aua! War ich getroffen, Curry? War ich getroffen, Curry? Einmal treffen, dann schieß ich dich. Okay, immer wenn Pamir hinterherläuft, ist sie Traitor. Ich bin dir auch die ganze Zeit hinterhergelaufen. Du alter. Ja, du warst heute ganze Zeit Traitor. Du oder Tobi. Einer von euch beiden ist immer Traitor heute. Also, ich weiß gerade, ich hab's dir mit den gesessenen Eingangschen. Was ist das, ey? Japanisches Schulmädchen-Curry Was macht ihr denn? Japanisches Schulmädchen-Curry? Ist das was Leckeres? Comi, du sollst die Uniform doch in den Schrank lassen Hehehehe 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 So, jetzt geh mal weg, ich muss in den Trader-Milion gehen Ey, ich bin doch schon längst weg So, auf was setzen wir heute? Was ist das denn hier für ein Spiel? Seven Na Pan? Mit Würfeln Na Pan, da war ja was machen Ich hab nur ne Shotgun geholt, nicht Sonnen Gronkh hab ich gesehen ey Ich hab gesehen was du getan hast Gronkh Ich hab's genau gesehen Nein hast du nicht Gronkh hast gesehen Gronkh, ich hab gesehen Ich will nur meinen Frieden Oh Pan? Ja, mein Knie juckt, warte Sekunde Tobi? Tobi? Mit wem war das zuletzt? Warum liegt denn hier Blut? Ja, also ich kanns nicht gewesen sein Weil ich war grad beim Erik Okay, aber hier nicht Blut Pan, du hast den Tobi getötet Ja, dann sag ich auch, dass hier Blut liegt Hier nicht Blut Ach komm Pan, das ist doch zu offensichtlich jetzt hier Mann Curry, guck doch mal hier nicht Blut Ja, was ist denn hier? Ich weiß noch nicht, was hier ist Achso, da wo der Spieltisch ist in der Mitte Achso Da ist Tobi nicht gestorben Tobi ist im Safe gestorben offenbar Why is the line? Pan sah mir jetzt sofort wo Tobi ist Geht ich auch noch Blut? Sag's, sag's mir jetzt Pan, geh weg, geh bloß weg Hä, und hier ist auch Blut, hallo? Pan ist Traitor Die geht nicht auf unsere Aufforderung ein Okay, sag mir bitte Sag mir bitte wieso hier Guck mal Warte ganz kurz Ohne Scheiß jetzt Guck mal, da vorne ist Blut, ne? Ja, vorhin habe ich und Tobi uns gesetzelt Hier hin Achso, okay Was hast du mit Tobi gemacht, Pan? Zeig mir die Leiche Curry, zeig mir die Leiche Nee, ich will nur wissen, was du mit Tobi gemacht hast Ich habe nicht mit Tobi gemacht Und immer wenn du mich verdächtigst Ich bin's nicht, aber gut Hau ab Hau ab Hau ab, geh Ja, dann geh ich halt Geh Wenn du mir folgst, erschieh ich dich Mach das mal unter euch aus Warte mal, ich... Mach das unter euch aus Da 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 Ich halte mich da Los Alter Geh weg Das ist sehr gefährlich Ja Sehr gefährlich, Pan, Loria ist sehr gefährlich Alle die Pan zielen auf mich Ich ziele überhaupt gar nicht auf dich Komm ich zeig dir mal wie ich zielen aussieht Wo ist Tobi, wo ist Tobi, wo ist Tobi, wo ist Tobi Wir müssen die Leiche finden, wir müssen die Leiche finden, Mann Dann lernt du das mal, nein, nein, nein Ist kein Stich Ich pisse immer daneben In meinen Hosenbeinen Das macht er nicht Wir müssen die Scheiß-Leiche finden, das gibt's doch nicht Okay, Curry ist sowas von Traitor Nein Curry ist sowas von Traitor Ich habe jetzt doch gesagt, ich bin's nicht Hey, warum bin ich eh Traitor? Weil du diese Verhaltensmuster an den Tag legst Ja, dann erschieß mich Ich möchte ein Leichen finden, ich möchte ein Leichen finden, wenn wir folgt Dann erschieß dich Ich bin der Einzige, der gerade Tobi sucht hier Dann will ich dann Du bist der Einzige, der weiß, wo er ist wahrscheinlich Ja Weil Pan versteckt die Leichen nie Hä, ich bin hier Jaja, ich weiß Ich sagte nur, du versteckst die Leichen nie Nee, hat's vorhin nicht gemacht bei dir Ich bin schon wieder so ein komischer Schach Ne, hat's auch nicht Meine Leiche lag nur scheiße Achso Achso, Curry Hey Ja, was? Curry hat eine komische Frisur Das ist ja verdächtig Wo ist der Tobi? Das gibt es doch nicht, Alter Das gibt es doch nicht Hm Irgendwo muss er ja sein Boah, das möchte ich aber gerne jetzt auch Gibt es hier irgendwelche Tricks, die man machen kann Irgendwelche Sachen, die man auch machen kann Hä? Denn du bist es Ich bin's nicht, Mann Ich bin es nicht Und ich mispe ihn Also, er wurde gekillt im Safe auf jeden Fall Da ist eine Explosions- Da ist eine Explosionsspur und ganz viel Blut Curry, bist du sicher, dass das Blut hier vorne bei diesem komischen Spieltisch da nur Feuer und Spaß da ist? Also, weiß der Tobi von dem Spaß? Ich weiß nicht, wer es von euch ist, ich hab keine Ahnung Hat der Tobi grad geschlafen, als er Spaß hatte? Was war das? Pan Sag ich doch Schade Mann, Pan Was ist los? Was ist los? Wo? Die Pan hat das richtig gut gemacht, die hat seine Leiche verbrannt Was? Alter Curry, du bist Traitor Alter, ich hab keine Muni Du bist Traitor Curry, du bist so Traitor Ich hatte voll recht Das war richtig, richtig gut gemacht Boah Voll gut Aber wie verbrennt man die denn? Ähm, der Flairgang Ja Mit was? Mit Färb... mit was? Flairgang Färbemittel Mit Flairbemittel? Das im Zähnter hat sie dich verbrannt, oder was? Ja, genau Hat auch so komische, kryptische Zeichen und so Kerzen um mich rumgelegt Die kleine Kritze auch Was ist mit einer Frau? Die ist voll Psycho Die ist voll Psycho Die ist voll Psycho Und das ist gar kein Spielfeature, das ist die einfach selber gemacht Habe ich ganz schön nebenbei noch programmiert Ich darf wieder kein Trader sein Ich auch nicht, Mann Jaaaa Ahhhh Dann bist du doch mit dem Fall der Erik Ja, na klar Ok Erik, ich töte dich jetzt Ja, ich töte Erik auch Ja, ich töte Erik auch Da muss ich ja nicht durch dieses scheiß Casino laufen, weil das so riesengroß ist Das sieht man hier Kann ich mal den Traitor hier ein Jetpack holen? Das wäre so lustig Ja, flieg mal rum Einmal immer von oben so Oder mit dieser komischen Armbrust Keiner guckt nach oben Tobi, warum bist du verlässt? Warte Ich bin doch vorhin auf den Casino-Tisch gespielt Ah, ok Aha Was denn? Er tappt Die dudelt da kalt Hallo Pan, 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 Pan Warte Pan hat ein Snipergewehr Curry, läuft sie nicht mehr her Die Pan ist straighter, die hat mir grad die Shotgun geklaut Nein Scheiße, wollte ich dir die aufnehmen, Entschuldigung Alles gut, Pan Ich wollte mich Oh, wie schön das ist hier mit der Musik Ach so So, was ist das hier? Au Hey Hey Pan Tobi, warum? Ähm Tobi, warum? Tobi 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 Tobi, was ist da los? Tobi Was ist das für eine Waffe? Diese kurze kleine Waffe, die du Boah Nein Ok Pan ist es nicht, die hat mich schon längst getötet Achso Naja, ich bin mir sicher Ich äh Achso Achso Ok, mach mit Mach mit Wie aß ich das wär Was Pan, was, hä 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 was Curry 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 Nimm mich um, komm Nimm mich um Boah das passt voll zur Wand Was viele nicht wissen, Körri war früher im Kinderchor, in Kläger. Bin heute noch dabei. Haben sie immer FC Köln-Lieder geübt, sowas. Ich dachte als Hausmeister, der immer anguckt und so. Denning von der Öner. Hey, hey, hey. Eieieiei. 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 Nimm mich. Was machen diese Menschen da? Ich weiß auch nicht. Körri Mac, kennst du schon Mac? Was passiert hier? Mac. Oh. Was macht ihr da? Da hat ein Pen gemacht. Tobi? Er hat Peng gemacht Tobi? Ja? Immer diese Pause! Das macht er ja wirklich! Jetzt war es eben Absicht, sonst mach ich das eigentlich nicht Die Stimmen brauchen wir mal ein bisschen beim Hirn sind Ich bin grad so müde Ja, ich auch Musik gemacht ist aber auch, ne? Musik, ich find die Musik wie beruhigt so Hey, 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 hey Ihr Kacken Ciao Oh mein Gott, oh mein Gott Was denn? Da ist was passiert Alles klar Ich spiel so gerne mit euch TTT Was? Warum? Hä? Warum? Wieso? Ich weiß nicht, ich hab jetzt grad voll den... Alter! Ey! Erik? Was denn? Ähm Ahn? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Hase Was ist los? Hase Ja Hase Hallo Erzähl mal War das echt nötig? War das echt nötig? Ich weiß nicht Irgendwas war doch nötig jetzt War das wirklich nötig? Was haben die beiden dir getan? Das übliche Was denn zum Beispiel? Schlechte Drogen Untergejubelt Untergejubelt Na Verkobst aus Die waren immer so laut Guck mal, ne? Die sind so viel entspannter mit der Pianosie Du wolltest doch nur... Du wolltest doch nur, dass die beiden für immer vereint sind Du wolltest doch nur den Abend vertreiben und nicht gerade allein sein und riefst bei mir an War das ganz easy Beklamm in das Bein Hippan Und so was Keiner lacht mit Ja, da sind ja auch alle tot Ach komm Genie Quit living on dreams Dann erzähl doch mal Wo bist du gerade? In deinem Rücken Ja Und wo sonst noch? Shoppen Ja Kannst ja zugeben Was war das denn? Ooooooooh Ich seh dich Hä, nee Siehst du auch nicht I see you Ich weiß wo du bist Ja, wo bin ich denn? Das sag ich dir noch nicht Ah, da Okay, alles klar Ähm, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken Wie geht das? Ah, alles klar Du solltest dann so ein bisschen in die Ecke gucken Hier bin ich wieder Und hier bin ich wieder nicht Hier bin ich wieder Hier bin ich wieder Du siehst mich nicht Aber du weißt schon, dass ich nicht an einem Ort verweide, ne? Bist du im Himmel Tau, wo ist nix passiert Halt auf Halt auf Der Curry kennt alle Aja Boah, bin ich einfach Lust haben auf so ne Schlagerparty Mit Leuten, die man kennt Weißt du, weißt du So mit Tobi, Curry, was ich pede Alter, so ne richtig bescheuerte Party einfach So ne richtig bescheuerte Party Und dann will ich aber auch, dass alle so alberne Partyhüte tragen So ne Zipfelhüte Sagt mal Pan, wo bist du denn? Ich hör dich nicht, seh dich nicht Ja, sag doch mal, wo bist du denn? Weil wir müssen uns ja irgendwann mal treffen, weißt du? Fürs Let's Play ist das anders langweilig für die Zuschauer Ja hä, das denk ich mir auch die ganze Zeit Aber du verschaffst dich ja Hast du deine Zuschauer so sehr? Ich such dich die ganze Zeit, aber du bist ja weg Bist du am Campen? Ziehst du es wieder in die Länge? Ha? Alter, wie die Leute auf meinem Channel gerade wissen, dass das voll der Hohn ist einfach Und dass du einfach den Tobi-Move abziehst Ja einfach nur will, dass ihr bei ihm auf den Channel guckt Ja einfach nur will Dass du einfach nur diesen fetten, ekelhaften Tobi-Move abziehst Der Tobi doch immer fett am Campen ist einfach, weißt du? Und dann Du alter Camper, du alte Camper-Sau Du kämpfst immer immer Du bist so ein Camper Wahrscheinlich laufen wir gerade die ganze Zeit aneinander vorbei Du bist voll das Camp-Girl Ey Pan, bist du ein Gamer-Girl, oder was? Oh Gott, hör mir auf Gamer-Ghoul Ey Gamer-Ghoul Ich bin ein Ghoul und game gerne, nimm das Jungs Ich als Frau bin was voll Besonderes Jetzt weil ich Computer-Spiele-Spiele Und obwohl ich eine Frau bin Boah, die Stimme ist so fies gewesen Was, echt? Jetzt bin ich wieder wach für die nächsten drei Nächte Obwohl ich eine Frau bin, Spiele-Spiele Ander, ich bin eigentlich gar nicht biologisch dazu fähig Naja Sag mal, wo bist du hin? Ja, weiß ich nicht, wo bin ich denn? Oh Ja Ja, es gibt doch mal einen Mucks von dir Mucks? Nee, Ernsthaft? Wo bist du? In deinem Po Ganz tief reingekochen, damit ich gleich Pizza krieg Bestellst du gleich? Nein In meinem Po gibt's keine Pizza Entschuldigung, ich bin krank, gib mir leid Ah, ruf den Arzt Ich bin müde Oh Gott, ich muss aufpassen, was ich hier Jetzt bin ich, ich werd wahnsinnig Wo bist du? Oh Gott Hä? Ah fuck, wo warst du? Oh Ah, da fühlt ich Also weiß ich von dir Hallo Da hinten, alter Der hinterher Ja Du 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 Ja Geile, geile Tausende und eine nacht Alter, bummeat Was hat so gemacht Das hat so gemacht Du zu beitas Geil Alter, Curry kennt alle Lieder Nja Dieser Tausensasser Entschuldige, das war für eben Ja, ein kleiner Bumbi Darf ich jetzt mal Traitor sein, Tobi? Hast du Bock, ey? Ne, ich bin jetzt Traitor, ich hab grad eingestellt Ich möchte ganz kurz feststellen, ich find die Map irgendwie zu groß Ja, die sind alle zu riesig Tobi, komm, nimm das jetzt, Tobi, komm Ach komm, ich bin doch wieder nicht Ey, ganz ehrlich, bin ich einmal Traitor heute? Bin ich einmal Traitor? So ein Lowlifer Wir sterben Es wurde in der Community vorgeschlagen, dass bei so großen Maps man die Regelung aufhebt mit dem Radar Hä, wir haben die schon längst aufgehoben mit dem Radar, der ist verboten Achso, du meinst das ja erlaubt, ist dann Genau, bei großen Maps Müssten wir halt drüber nachdenken, ob das für alle okay ist Richtiger Erdung Ich finde, der Traitor sollte jetzt sagen, ob das okay ist, diese Runde Ist okay Ja, ist okay Oh, einer lügt Wann ist es? Wann ist es? Wann ist es? Wann ist es? Ich hab dir zweimal Fett ins Gesicht geschossen Zweimal Fett ins Gesicht und du stirbst nicht Was war das denn? Wegen deinem scheiß Afro Wie konntest du denn leben? Boah, 38 Minuten, was haben wir gemacht in der Runde jetzt? Ich weiß es, weil die Maps so riesig waren Aber Pan, ich hab dir zweimal Fett ins Gesicht geschossen und du lebst Das ist einfach viel zu viel Schminke Ich hatte die Augen zu Ey, ey, Junge Curry, was war das denn für ein Lied? Curry, was war das denn für ein Lied? Jawohl Was meinst du? Du hast da noch irgendeine Lied gerade im Hintergrund Meine Kriegsbemalung Ja, hier Curry läuft doch immer so Nein, wir brauchen Minecraft-Skis unbedingt als Skin Also Yeah, ich hoffe mal, äh Äh, gib mal mehr Bier her Alter, heute ist nicht mein Tag Komm einmal San Gria, Leute Komm ab, komm, bisst in die Bohle, ich sauf da Ja, Domi Lecker Lecker Ja, Pissbohle Prost Hey Ich bin der Einzige, der das eklig findet, wenn die Weiber dann in der Bohle rumtanzen und die schlürfen da Iiiiih, hör mal auf, ey, die mit ihrem Schweißfüßen war Die Fußnagel ist ja auch Iiiiih Die hat sich den Arsch nicht richtig abgewischt, Alter Oder beim Weinpressen, weißt du? Wenn da beim Weinpressen alle mit den Füßen... Mh, mein Mühleauge macht jetzt noch saftiger Ja, und dann siehst du noch, wie der große kleine Zeh, da quetsch dir noch so eine Taube durch Und dann hinter den... Richtig schön Eiterfußnagel, Alter Richtig schön verkostet Boi, Tobi, Mann, Alter So wie bei Tobi sind die Teile bestimmt auch schon eingepackt Ihr kennt euch doch gar nicht damit aus Ich find's trotzdem, ja Die haben sich die Füße gewaschen, ist mir doch egal Ich will das nicht Nee, das ist... die Vorstellung allein, weiß ich nicht Ich kann mir auch eine Achsel waschen und danach paniere ich erstmal einen Schnitzel da drin Würdest du ja auch nicht essen Ich weiß nicht, wenn's Leute sind, die man kämpft, man weiß, dass sie sauber sind Hä? Nee, aber auch dann Okay, Pan, du darfst mir den Wein stampfen Also, ich würd euch nicht raten, etwas zu trinken, wo meine Füße drin waren, ich bin ganz ehrlich Nee, bei mir auch nicht Der Erik kann nie davon singen Bei mir auch nicht Ich hab nie was getrunken, wo deine Füße drin waren, hoff ich Bei mir, ich kann gar nichts... Man kann gar nichts von mir trinken, wo meine Füße drin waren, weil das verdammt dreckt immer Das stimmt allerdings Oh, das bringt sich selber um Es impulsiert einfach Weeeeee Weeeeee Wer ist denn da geworden? Das war ich Achso, was ist denn jetzt hier? Folge zu Ende, oder was? Achso, ja, tschüss Ja, komm, eine Runde machen wir noch, ich will mal einmal Trailer sein, komm, ey Okay, machen wir noch eine Runde Also, warte, ich will nur gucken, ob ich Trailer bin, dann können wir... je nachdem... Achso, hier jetzt eine Runde oder... Achso, sag schnell Bescheid Ja? Ja, sag ich schnell Bescheid, ja Alles klar, alles klar Alles klar Ne, ich bin innocent, alles klar, tschau Tschüss Tschüss, bis zur nächsten Folge, tschüss Juhu Hä, ich bin... ich bin... ich bin... wer hat mich denn jetzt umgebracht? Ich bin doch sowieso selbst... Warum? Habt ihr... ich hab mich doch jetzt selber umgebracht... Boah, umgebracht... Tobi war schon wieder... Ey, ganz ehrlich, ne, ich geh jetzt nach Hause Tobi, ey... Naja, gut Man muss auch sagen, Tobi hast ja sonst keine Freunde Boah, so gemein Au! Außer dieses Huhn Achso, schon wieder nächste Runde Nehmt ihr noch auf? Nee, jetzt nicht mehr, nee Achso, ja, okay, dann sag ich auch mal tschüss Bis zur nächsten Folge Tschüss Hä? Ja, ich weiß noch nicht, wann ihr aufgehört habt, das krieg ich nicht mit, ich bin gestorben gerade Warte Ich war mit sterben beschäftigt, es tut mir leid So, tschüss Sieht mich... sieht mich jemand? Sieht mich hier jemand? Was? Warte, ich muss gucken, wo ich Traitor bin Neun Sekunden noch Ich bin gleich Traitor Warte, pass auf, pass auf Ich bin Traitor, Erik Warte, warte, warte Okay, neue Folge, herzlich willkommen zurück zu TTT Nein, 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 warte Ich bin Traitor Bin ich Traitor? Ich bin... Nein, ich bin kein Traitor Okay Leute Nein! Ich werde es tun Ciao, Karri Ja, ich bin Traitor Warum immer Erik und Tobi? Warum? Hey Erik Hey Erik Hey Erik Hey Erik Au Hey du Arsch Was? Und du setzt mich Arsch? Warte mal kurz mit dem Schießen Warte mal kurz, warte mal Ich will mal was ausprobieren Ich will mal was ausprobieren Ne, ich wollte mal was ausprobieren gerade Äh, nur weil die Folge ist ja eh vorbei, ne? Also alle haben jetzt hier Ja Du hast es jetzt wieder länger gemacht, du bist so ein Dreckiger Hä, ich wusste doch nicht, ich war tot Und? Du kleiner, du kleiner Dreckiger, du sagst Ja So, ciao mit V, bis zum nächsten Mal